Und weiter geht's, vielleicht holen wir wieder den Backpack Winners. Die letzte Runde war ja so dumm, ich bin auch immer nicht drüber hinweg. Das war, ne. Also das mit Meditieren war lucky, dass ich es überhaupt noch bekommen habe, aber der Gegner hat einfach aufgegeben, ich komme nicht drauf klar. Ist es so dumm. Wo ist die Arena? Da drüben. Weil da geht irgendwie gefühlt niemand hin. Also in den letzten Runden ist da immer Loot gewesen. Und sehr guter Loot sogar. Also, naja, wow. Natürlich genau dann geht da wir hin. Natürlich genau dann geht wir hin. Was hätte ich erwartet, ne. Was habe ich erwartet. Natürlich ist das so. Wie sonst. Oh, ich dachte, wir nehmen wir. Warte, habe ich da gerade wen gesehen? So ist das, ne. So. Haha. Komm her. Ist zu beleid, Tobi. Smart. So werbt man das ab. Diesmal von ihr kannst du was lernen. Alles gut. Nein. Meins. Sorry. Haha. Ich bin so drückiger. Hä? Habe ich das gerade gem... Ne. Ja. Tut mir leid, Homie. Ah, das hat er ge... Boah, er hat mir einen Ausdauer-Break gegeben. Ich bin so drückiger. Komm her. Meditation. Wir haben gewonnen. Okay, die Atomic Punchline behalte ich mir. Die Atomic Punchline behalte ich mir safe. Äh, wisst ihr was? Ich gehe kurz hier hin und halme mich hoch damit. Äh, Damage-Pots habe ich ja gar keinen noch. Sonst wäre das... Oh, der trinkt, der trinkt Ausdauer-Potions. Der ist ja übelst lost. Nein, mach das nicht. Ich will dich davor bewahren. Wirklich, ich bin der Gute hier gerade. Trink keine Ausdauer-Potions. Bitte. Wo habe ich das denn jetzt hingemacht, hä? Lost. Hä? Warum habe ich keinen getroffen? Dude. Hör auf damit. Ach so, okay. Ach so, ja. Ne, werft mich gerne rum. Alles gut. Ich bin weg. Ich, ich habe gesagt, ich bin weg, Homies. Äh, bist du dumm? Egal. Ich bin weg. Das juckt mich nicht. Euer kleiner, süßer B-Field ist nicht mein Problem. Äh, gehst du wirklich hinter mir her? Okay. Hä, bist du dumm? Nee. Hallo? Was? Ach so, ich habe den Perk, dass ich, nachdem ich jemanden gekillt habe, ich Leben dazu bekomme. Okay. Komm her. Oh, die Atomic Punchline ist ja übelst mächtig. Oh, von da oben wird gleich mal nach runter kommen. Oh, was? Das hat doch voll gehittet. Okay. Okay, smart, smart. Dann halt du. Ausdauerpause für dich mal kurz. Irgendwann reicht es nämlich auch mal. Oh, smart geplayt. Aber du bist bald down. Okay. Ausdauerpause für mich mal. Also, du musst noch sterben jetzt. Nur downed. Okay. Okay, komm. Okay, komm. Viel Leben kannst du nicht haben. Ausdauer-Break. Komm. Nee. Steal mir jetzt nicht den Kill. Steal mir jetzt nicht den... Dreckiger. Ja, mir egal. Juckt mich nicht. Danke. Okay, Hühnchen will ich eigentlich so gut wie möglich sparen. Hühnchen will ich eigentlich so gut wie möglich wirklich sparen. Du dreckige. Du dreckige. Du dreckige. Ich hab gesagt, Hühnchen will ich sparen. Du widerlicher. Okay, jetzt weg. Weg, 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 weg. Hoch hier. Keine Ausdauer mehr. Ich wurde getroffen. Da sind wir halt so... Wir müssen in Sicherheit. warte was ist das hier dort bin dort nehmen da werde ich meine tor mit fans schlagen hallo beruhigen wir uns mal bitte ich habe ja gar kein e-move ja das war dumm das war natürlich dumm ich dachte ich hätte nie ich habe aber gar keinen zweiten das ist leider zu dumm von dir ja leute ich werde mich irgendwo in der ecke hin kämpfen müssen jetzt ich werde mich irgendwo hin kämpfen müssen jetzt so dumm bin ich leider nicht wo bin ich sagt hier ok kommen wir können uns hier hin wir müssen uns hier in campen hoch meditieren okay das ding ist ich habe nur ein hähnchen und fürs endgame will ich halt schon ein bisschen hier noch haben und wir haben nur die atomic punchline ich muss auf jeden fall okay ich will mich auf jeden fall mal ganz hoch weil das geht nun mal was eh halbwegs schnell okay jetzt laufen wir 1500 ist genug wir können strecken dazu haben hühnchen so viel wie möglich der mit sports brauche ich halt auch mal ich habe gar keinen der mit sport nehmen auch mensch kommen es reicht doch ja ich habe ich kann nicht in kämpfe gehen wenn ich kein damage machen was soll ich denn tun ja besser ist gar nichts nämlich das hat mit der mit sports der mit sports der mit sports der mit sports ich kann nichts machen und der mit sports ich will den hier danke aber doch was schreckt mich doch nicht und sicher okay komm wirst du die kombi wird die kombi ok witzkommi fressen wirst die kombi nö sehe ich nicht einländer du bist so dumm du bist du bist so dumm es tut mir leid okay dann wird das jetzt mein e-move war auch mega nie wie heißt nein nein abruf abruf wir können nicht mehr obwohl der mit sports kommen die atomic punchline ist geil wollte ich sagen wohl damit können wir nicht mehr haben das ist natürlich nicht so geil jetzt aber ja es ist passiert es ist passiert das ist jetzt wie sie es das sollte drauf klarkommen alle alles sollten drauf klarkommen dass ich glaubt bin warum kann ich hier gar nicht hochklettern danke ok wo bist du hin kommst du hoch wieder danke da bist du komm ich fressen bist du komm mit auch smart smart so erkennt man halt den smarten spieler ach so das ist der move ja der ist richtig scheiße leider der ist richtig scheiße einfach mal ok ich glaube andersrum als sie ist das willst du du dumme ne mach ich nicht die checks leider die checks leider ok komm ich muss weg und ich habe noch einmal keinen damit sport ich brauche unbedingt damit höchstleinwand gekommen ich gehe so weit rein wie möglich und damit ich mich hoch wieder komm meditieren anfangen wohl ist das nötchen ach nee das ist sowas von gar kein hühnchen bin ich dumm also ja wenn ich ob wir jetzt leer war ok da ist eine kiste gelandet die will ich mir dann snacken ich habe halt keinen der mit sports ich habe keine der mit sports ja ich glaube ich nicht dass ich hier bin das ist gut das ist richtig gut aber keine damit sports ich werde auch hielpots nehmen also wenn wenn es irgendwie möglich sein sollte werde ich auch einfach hielpots nehmen besser als gorex zu nehmen auf dem baum ist glaube ich wer drauf komm 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 der ist runter weißt du was ich nehme outdoor pot ich werde sonst nichts mehr finden ich werde sonst nichts mehr finden ja komm ja gut ich nehme noch einen pot ist okay das ist besser als nichts kommen das ist wirklich besser als nichts was soll ich machen ja das ist natürlich jetzt dumm das ist jetzt natürlich sehr sehr dumm ne mich holtest du nicht die will sie ich laden nicht ein homie der andere chill doch safe auch auf dem baum oh wow wie bist du fällt von mir oh fuck geh runter da was wie wurde ich da ich verstehe es nicht der ist gut der ist richtig gut ich muss hähnchen machen sonst komme ich nicht auf mein nil obwohl ne muss ich der hat und der hat und der hat und obwohl hat das ich vielleicht wie war nur den nehme ich danke das ist dumm das ist so dumm ja ja das ist wirklich sehr dumm oh nein komm 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 ich muss ich muss ich muss ich muss sie holten sonst habe ich keine chance ja ich habe aber keine damage spots das wird ihn nicht killen das wird ihn nicht killen ich nehme ausdauer er hat auch noch holt ja ich bin da bin ich da oh mein gott das ist so gut oh mein gott das habe ich so stark gespielt meditation hat diese runde nicht mal so viel gemacht eigentlich das ist einfach nur skill gewesen ich bin voll drin ich werde weiter rein gehen ich sehe uns da wünsche euch einen schönen tag freut euch auf das nächste video wo wir wieder einen win holen ciao